Wir beide wollen erstmal Danke sagen für das zahlreiche Erscheinen. Also Melli hat ja in der Kirche geheult, dafür Entschuldigung. Nein, manchmal ist es nicht. Ja, erstmal danke auch noch den zahlreichen Helfern. Das ist ja alles hier eine Arbeit gewesen von drei Stunden. Nein, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Gut, die Menschen für das Buffet sind jetzt nicht da. Ja, dann danke auch an die Tresenkräfte. Unser Service, da fehlen noch zwei, aber die sind sicherlich hinten. Kurz zur Regenung nur, bis 21 Uhr werden die rumlaufen, die Servicekräfte, und euch euren Wunsch von den Lippen ablesen. Wäre schön, wenn ihr ihn auch aussprechen könntet. Ab 21 Uhr ist dann Getränke Schicht, Helm Reichelt vorne ist dann eure Anlaufadresse. Gut wäre, wenn immer gleich ein paar Leute Kästen mitbringen, weil dann bräuchte ich mehr. Nein, ab 21 Uhr heißt es dann, bitte an den Tresen gehen und selber die Getränke bestellen und abholen. Ja? Wem es zu schwer ist, dem erkläre ich es nachher nochmal in Ruhe. Ansonsten, mach, sag dir doch auch mal was. Ja, ich sag auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir freuen uns ganz doll und hoffen, dass wir schön miteinander jetzt noch ein bisschen feiern können, ein paar Stunden nett zusammensitzen und tanzen und reden können. und eigentlich wünschen wir euch allen auch ganz viel Spaß und Freude, so wie wir es auch nicht auch haben werden, denke ich. Ja. Ich denke auch. Denkt auch. Das heißt, denkt auch. Okay, wir würden jetzt erstmal prosten. Schönen Dank. Prost. Und auf den Abend. Prost. 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 Prost.